Blöd gelaufen. Oh Mann, ey. Scheiße. Oh Gott. Natürlich war es riskant. Es war riskant. Nichts wegen der schleusen Toilette zu unternehmen, Captain. Zu deinem Glück hat sich die Tür von alleine geöffnet. Wahrscheinlich, weil sie durch den Geruchsstau korrodiert wurde. So ein Pech, das all diese Gesundheitsprobleme verursacht hat. Doch anderer Seite ist es zu 100% ein menschliches Problem. Was bedeutet, es ist zu 100% eures. Und exakt zu 0% meins. Du bist am Verhungern, Captain. Eine Portion Suppe wäre nicht schlecht. Baby ist am Verhungern. Ohne Suppe wird er nicht überleben. Tom ist am Verhungern. Ohne Suppe wird er nicht überleben. Ich denke, wir werden jetzt mal was zu essen verteilen. Können schon mal hier das, das. Und das machen. Und gucken mal, was der Computer zu sagen hat. Der Hauptcomputer. Captain, ich spüre einen beunruhigenden Aufbau an psychischer Spannung. Empfohlene Maßnahme. Schmeiß eine epische Party. Ich nahm mir die Freiheit, mich selbst einzuladen. Die gesamte Besatzung einladen? Aber klar doch. Je mehr, desto lustiger. Schätze ich. Wie wäre es, wenn wir jemanden neuen einladen? Captain? Jemanden, den du nicht kennst. Oder wir suchen uns einen neuen Gefährten. Genau. Wie stellen wir uns an? Wollen wir jetzt die Sockenpuppe einladen? Ey, komm. Guck mal, die Sockenpuppe guckt da oben die ganze Zeit. Wollen wir die Sockenpuppe einladen zu unserer Party? Komm, Leute. Ey, die muss doch... Ich will gar nicht wissen, was die Sockenpuppe für Dance Moose hat, ne? Also, das kann ja nur geil werden. Die Sockenpuppe muss dabei sein. Es geht gar nicht anders. Es geht gar nicht anders. So, Sockenpuppe. Jetzt nochmal ganz kurz. Nochmal ganz kurz. Ähm. So weit. Oder so wäre GT1. Ich sehe gerade, du hast hier gerade 10 Subs rausgeballert. Du Wahnsinniger. Ähm. Dadurch, dass ich hier gerade noch in der Aufnahme bin, ne? Also, das soll wahrscheinlich auch auf YouTube erscheinen. Werde ich das alles nachholen, ne? Aber so weit, GT1. Vielen Dank für deine 10 Asap-Bombe. Ich hole das nachher alles nach. Ich lese das alles nochmal durch. Aber vielen, vielen herzlichen Dank schon mal. Okay? Vielen, vielen, wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr lieb. Dankeschön. So. Wir nehmen die Sockenpuppe, Leute. Wir nehmen die Sockenpuppe. Die Frage ist, will die Sockenpuppe überhaupt zu unserer Party kommen? Das weiß ich halt noch nicht mal, ne? Das ist halt das Ding. Wir werden es rausfinden. So, Essen kriegen die Jungs. Haben wir ja gesagt. Sockenpuppe ist eingeladen. Let's go. Ähm, Tag 8. Hey, Party! Oh Gott, Tobi sieht nicht gut aus. Das war eine tolle Party, Captain. Ich fand es großartig, wie du gestern eine Socke über deine Hand gestülpt hast und so getan hast, als wäre sie ein Mensch. Offenbar einer namens Mary Jane. Und du hattest eine lebhafte Auseinandersetzung mit ihr. Nun, Verzweiflung schafft unerwarteter Gesprächspartner, nicht wahr? Ich fand es ein wenig seltsam, als du angefangen hast, mit der Socke zu streiten. Und sie irgendwann zerrissen hast. Du hast ganz schön Temperament, Captain. Das Wichtigste ist, dass du etwas Dampf ablassen konntest. Nein! Wir haben die Sockenpuppe getötet. Wir können doch nicht die Sockenpuppe getötet haben, Alter. Emmett, bist du bekloppt? Der hat die einfach auseinandergerissen. Ernsthaft jetzt? Ich dachte, das wäre eine Megasause geworden. Willst du mich verarschen? Du kannst doch nicht einfach die Sockenpuppe auseinanderreißen, Mann. Mary Jane! Du warst doch so gut zu uns! Du wirkst aufmerksam, Captain. Ich rate dir, dich weiter so, um deine geistige Gesundheit zu benühen. Du solltest wissen, dass du alle Aufgaben sehr viel effizienter erledigst, wenn du fit im Kopf bist. Du solltest dich vielleicht um ein paar Rationen kümmern, Captain. Baby beschwert sich über einen leeren Magen. Tom fragt nach mehr Rationen. Ja, ihr habt doch gegessen gerade! Mann! Hier, da ist doch Suppe! Nimm doch! Oh nein, wir müssen uns schon wieder entscheiden. Ich habe Angst. Captain! Deine Aufmerksamkeit wird hier benötigt. Das ist ganz und gar nicht normal. Wir... Oh Gott. Wir registrieren unbekannte Signale. Ich kann nicht identifizieren, wer sie sendet oder was sie beinhalten. Es könnte eine Störung durch eine Sonneneruption sein. Oder viel schlimmer noch, eine neue Art der Sowjets, ihre Signale zu verschlüsseln. Wir müssen diese Signale so schnell wie möglich entschlüsseln. Nach allem, was wir wissen, könnte unser Überleben davon abhängen. Wer soll die Signale überwachen? Also Emmett und Tobi haben ja bisher so eher mäßig performt. Ähm... Tom Thompson hat bisher noch gar nichts gemacht und dabei hat er eine Augenklappe. Das heißt, er könnte sich mit seinem einen Auge komplett darauf fokussieren. Er kann ja nirgendwo anders hinschauen. Ist vielleicht nicht ganz so schlecht. Nehmen wir den Tom, oder? Komm, Tom Thompson, Alter. Tom Thompson, hau raus, Alter. Wir setzen das Vertrauen in dich, mein Freund. Jetzt hast du mal deine Chance, dich zu beweisen, ne? Tom Thompson. So. Ich würde sagen... Tag können wir beenden. Licht aus. Gute Nacht. Jetzt bin ich mal gespannt mit den Signalen. Tag 9. Das sind bestimmt richtig geile Signale. Erster Kontakt. Was? Käpt'n. Das musst du dir ansehen. Ich bin wirklich nicht schnell aus der Ruhe zu bringen, aber... Das ist einer der größten Momente für die Menschheit und die von Menschen geschaffene KI. Wir sind nicht alleine im Universum. Wir konnten endlich die Signale entschlüsseln, die wir empfangen haben. Sie stammen von Aliens. Also von anderen Lebensformen. Und nein. Damit meine ich nicht die Komis. Was? Die Komis. Achso. So etwas haben wir noch nie zuvor gesehen. Anscheinend gibt es einige intelligente Zivilisationen in dieser Galaxis. Die Signale kommen von überall. Wir könnten mit Sicherheit sagen, dass wir früher oder später auf einigen von ihnen treffen werden. Unser... Oder... Insbesondere dein Leben will sich für immer verändern, Käpt'n. Du wirst weiterhin fit im Kopf. Du hast immer noch Hunger. Baby fragt weiterhin nach Suppe. Tom ist immer noch hungrig. Ja, ist kein Problem. Ich finde es ein bisschen schade, dass man anscheinend nicht mehr nur eine halbe Suppe verteilen kann. So ein bisschen Suppe. Das geht anscheinend nicht mehr. Alter, wir haben Kontakt, Leute. Wir wissen zwar nicht, wie die aussehen oder wer das ist und ob die böse sind, aber... Früher oder später werden wir anscheinend auf die treffen. Nice. Was können wir hier machen? Verbessern. Ja, das Baum verbessern. Recyceln. Das könnten wir halt dann immer noch abgeben. Was können wir hier herstellen? Oh, Kommunikator, Klebeband, Sockenpuppe, Feuerzeug können wir herstellen. Okay. Kommunikator ist natürlich nicht schlecht, ne? Jetzt bin ich mal gespannt, was der Hauptcomputer zu sagen hat. K. Ta. M. Es. G. T. Da. E. Was. D. 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 B. Spr. N. M. 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 T. Ta. M. K. K. T. T. Du. H. Also steht, Captain, es gibt da etwas, was wir besprechen müssen. Captain, kannst du mich hören? Ach. In dieser Situation sagt man doch arg, oder? Ich hasse es, meine Lautstärke zu erhöhen, aber dieser defekte Filter zur Entfernung von Körpergeruch macht einen furchtbaren Lärm. Ich glaube, er ist defekt. Hä, und jetzt? Hä, was sollen wir machen? Sollen wir Klebeband herstellen oder sollen wir unser Handbuch opfern oder Suppe? Suppe haben wir nicht mehr so viel, Leute. Suppe haben wir nicht mehr viel, Alter. Das sind Tobis Hungerlaute. Wahrscheinlich. Der hat wahrscheinlich einen unserer Crewmitglieder einfach aufgegessen, Mann. Und wir stinken ein bisschen. Aber das ist ja normal. Das ist auch vorher schon der Fall gewesen. Das ist halt Tobis Verdauung. Ne? Da können wir jetzt auch nicht viel machen. Duck tape regelt. Klebeband. Handbuch, Handbuch. Okay, ihr sagt Handbuch, Leute. Dann nehmen wir das Handbuch. Ihr seid für die Zukunft von diesen werten Männern zuständig, ne? Und ich natürlich auch. Aber ich sag ja nur. Okay. Wir beenden Tag 9. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich hoffe, es war kein Fehler. Klebeband, ja. Klebeband, natürlich. Tag 10. Du hast den Filter zur Entfernung von Körpergeruch repariert, indem du im Handbuch den Abschnitt zur Problemlösung zu Rate gezogen hast und seiner Anweisung gefolgt bist. Nicht jeder hat etwas für die Problemlosen übrig, Captain, aber ich gehöre zu denen, die es tun. Ohne das Getöse, das jeden Gedanken übertönte, konnten alle an Bord gleich viel klarer denken. Baby beschwert sich noch immer über den Mangel an Rationen. Ich finde es schön, dass das Baby, dass es einfach Baby abgeküsst wird. Tom fragt weiterhin nach Suppe. Baby ist fit im Kopf. Er sieht hellwach aus. Ja, der sieht auf jeden Fall hellwach aus, der Tobi. Baby Tobi sieht auf jeden Fall sehr, sehr hellwach aus. Würde ich auf jeden Fall meine Hand für ins Feuer legen, dass der Tobi mega geil am Start ist gerade. So, was sagt denn der Hauptcomputer? Oh. Wir haben eine kleine Metallschachtel in einem der Fächer gefunden. Darauf steht, An-Sert. Bitte öffnen. Eine kleine Metallschachtel in einem der Fächer gefunden. Bitte öffnen, okay. Du könntest das Schloss auseinandernehmen und dir so ein paar Materialien sichern. An den Inhalt kommst du dann aber nicht. Du könntest auch versuchen, sie zu öffnen, wenn du dann geschickt genug bist. Wofür entscheidest du dich? Intelligenz? Oder Beweglichkeit? Oh Gott. Oh Gott. Also so würden wir natürlich ein paar Materialien kriegen, weil wir wahrscheinlich einfach das kaputt machen. Aber wir wissen ja auch nicht, was da drin ist, ne? Da könnte ja auch geiles Zeugs drin sein. Intelligenz oder Beweglichkeit, Leute? Ich bin mir da echt nicht so sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Also mein erster Gedanke wäre jetzt Intelligenz gewesen. Beweglichkeit. Geschick. Also Beweglichkeit, oder was? Intelligenz, ja, nee, ist klar. Jeder verdient eine zweite Chance. Okay. Komm, Emmett. Du kannst dich nochmal beweisen. Du kannst dich nochmal beweisen. Vielleicht schaffst du... Wenn du jetzt einfach zu diesem Kasten, ja, nee, ist klar, sagst und dann aufgibst, dann raste ich aus, Emmett. Dann schmeiße ich dich da aus der Luke raus, ne? Das sieht zwar aus, als wäre das Panzerglas, aber das ist es nicht. Ich kann dagegen treten und dich da rausfurzen, mein Freund. Mach jetzt keinen Scheiß, Alter. Ich will wissen, was da drin ist. Tag 11. Tag 11. Du hast das Schloss von der Schachtel, die du im Schachtel gefunden hast, vorsichtig auseinandergebaut. Hör mal, Emmett. Alter, Emmett, du bist so eine geile Sau. Wie vorhergesagt, war die Schachtel nicht mehr zu gebrauchen. Also hast du deine ganze Aufmerksamkeit den einzelnen Teilen des Schlosses gewidmet. Die Einzelteile waren nicht so nützlich, wie wir dachten, aber das Schloss wurde durch eine Batterie betrieben. Du konntest die Probleme vom Rest der Teile trennen. Du bist im Verhungern, Käpt'n, isst besser etwas und zwar schnell. Das Ding ist, wir haben jetzt eine Batterie bekommen. Wir haben jetzt eine Batterie bekommen, Leute. Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Ja, wir müssen uns, wir müssen uns was zu essen geben jetzt. Wir geben uns jetzt was zu essen. Zack. So. Problem, ja, warte mal, ich mach mal so lieber. Vielleicht halten wir so ein bisschen länger durch. Ich gebe erstmal Emmett was. Weil mit ihm können wir erstmal, wobei, ich gebe mal Tobi was. Ich gebe Tobi was. So, was hat der Hauptcomputer? Oh. Kannst du meine Zähne klappern hören, Käpt'n? Natürlich nicht, denn ich bin ein Computer und habe keine Zähne. Ist doch klar. Leider muss ich dir aber mitteilen, dass das Wärmemodul in einer Kühlungsschleife steckt. Es wird schon sehr bald sehr kalt werden. Ich glaube, wir müssen bald kuscheln, Leute. Meinen Vakuumschläuchen wird nichts passieren, aber du solltest dich vor dem Erfrieren schützen, Käpt'n. Oh nein. Oh nein. Was machen wir denn jetzt? Alter, wir müssen uns was craften. Wir müssen uns ein Feuerzeug craften, Leute. Wir müssen uns ein Feuerzeug bauen. Sollen wir uns ein Feuerzeug bauen oder eine Handpuppe? Sollen wir uns ein Feuerzeug bauen, Leute? Wir müssen uns ein Feuerzeug bauen. Bau alles. Nee, ich will ja nicht einfach alles bauen. Ich weiß ja nicht, wofür ich diese Ressourcen sonst noch brauchen kann. Feuerzeug. Ja, nee, ist klar. Wow, Leute. Toll. Toll. Ganz große Klasse. Wie man weiß, wir kämpfen hier um unser Überleben und dann kommt... Ja, nee, ist klar. Nee, finde ich nicht gut, Leute. So, herstellen Feuerzeug. Ja. So. Okay, dann nehmen wir das Feuer. Ach, das geht ja gar nicht. Das geht ja jetzt noch gar nicht. Das gibt... Dafür müssten wir den Tag beenden. Oh, Gott. Das war komplett umsonst. Wow. Wow, das war ja komplett... Hätte ich das mal gewusst, Alter. Ja, toll. Wir können uns nicht schützen. Oh, mein Gott. Wir werden so erfrieren jetzt. Wir werden so am Arsch sein, Leute. Wir sind gleich tot. Nein. Tag zwölf. Das Wärmemodul ist in Betrieb, Käpt'n. Wir sind nun offiziell kein Kühlschrank mehr. Aber was ist denn das unter deiner Nase? Ein Eiszapfen. Hä, ich sehe da doch gar... Da ist doch gar kein Eiszapfen. Käpt'n, ist das ein Astro-Bürger-Shuttle oder ein Iglu? Denn ich sehe da kaum einen Unterschied. Ich würde dir raten, deiner Besatzung Medikamente zu besorgen. Dein Magenknot immer noch. Iss etwas, bevor es zu spät ist. Baby ist weiterhin hellwach. Tom sieht immer noch ausgehungert aus. Herstellung abgeschlossen. Neuer Gegenstand verfügbar. Feuerzeug. Ja, toll. Dir ist nicht gut. Du siehst schwach aus, Käpt'n. Um ehrlich zu sein, ist das ziemlich schlecht. Denk drüber nach, dich mit einem Erste-Hilfe-Kasten wieder zusammenzuflicken. Bevor es zu spät ist. Baby beschwert sich über einen leeren Magentopf. Ist ganz eindeutig angeschlagen. Scheiße. Hä? Alter! Tobi, du hast gerade was gegessen. Willst du mich verarschen? Das finde ich dein Ernst. Okay, wir geben uns was zu essen. Und ihnen hier noch sowas. So. Bei einer routinemäßigen Bereinigung meiner Datenbank bin ich auf einen Bauplan für eine Apparatur namens Fluxkompensator gestoßen. Wenn wir ihn installieren, können wir so einen Weg nach Hause finden. Er muss allerdings erst zusammengebaut werden. Willst du versuchen, den Fluxkompensator zusammenzubauen? Leute! Wir müssen den Fluxkompensator bauen. Das geht nicht anders. Wir müssen ihn bauen, oder? Natürlich müssen wir ihn bauen. Leute, lassen wir jetzt nicht allein mit der Entscheidung hier. Komm. Wir... Hm. Fluxkompensator. Ja, sicher. Let's go. Wir bauen ihn. Wir bauen ihn aber sowas von. Die Kuh wird uns helfen, Leute. Ich sag's euch. Die Kuh wird uns dabei helfen. Nur wenn es einen Demcitorian dazu gibt. Ja, natürlich. Das ist ja die Voraussetzung dafür. So. Wir bauen jetzt diesen Fluxkompensator, Freunde. Und dann rasten wir aus. Wird bestimmt voll toll. Tag 13. Oh Gott. Oh nein. Du hast gestern versucht, den Fluxkompensator zusammenzubauen. Aber alles ging furchtbar schief. Eine falsche Bewegung hat dazu geführt, dass die Vorrichtung explodiert. Du wurdest zwar verletzt, aber zum Glück wurdest du nicht irgendwo hin oder irgendwann hin teleportiert. Baby beschwert sich immer noch über den Mangel an Rationen. Tom wirkt immer noch schwach. Du fühlst dich schon viel besser. Du bist nicht mehr schwach. Du solltest dich vielleicht um ein paar Rationen kümmern, Captain. Tom fragt nach mehr Rationen. Alter. Junge. Baby. Also Tobi, der rastet die ganze Zeit aus wegen Essen, Mann. Warum hat der da so eine Welt hingemalt? Oh Gott. Tom Thompson sieht ja richtig schwach aus. Ach du Scheiße. Was ist mit dir passiert, ey? Heilige Makrete. Was ist denn hier los? Was ist das denn? Ist das die Batterie? Ja, ne? Ich glaube, das ist die Batterie da unten. Ja. Okay. Oh Gott. Captain. Wir bewegen uns nicht mehr. Ein Roboter hat uns fixiert. Ich übertrage seine Nachricht auf den Hauptbildschirm. Möchtest... Möchtest im Universum Gutes tun? Die Pflaumenschuppen brauchen deine Hilfe. Ein Bild von einem Tier. Höchstwahrscheinlich eine Pflaumenschuppe. Er streckt sich über den Bildschirm. Es ist eine Mischung aus einem Wildschwein, einer Schlange und einem überfahrenen Tier? Ich dachte, der Tobi ist bei uns hier in der Kammer. Das schräge Wesen sieht dich erwartungsvoll an. Seit ihre Meister ausgestorben sind, leiden die Pflaumenschuppen unter Freiheit. Was? Sie leiden unter Freiheit? Sie sind daran nicht gewöhnt und stehen kurz vor dem Aussterben. Spende Suppe für die armen Pflaumenschuppen. Mehr als eine Dose ist gar nicht nötig. Dann werde ich das Schiff dankbar wieder fliegen lassen. Was sollen wir tun? Alter, sollen wir jetzt was spenden? Leute, das ist doch verarsche. Jetzt mal ohne Witz, was für Pflaumenschuppen. Die leiden unter Freiheit? Wir haben nur noch diese eine Suppe. Wir können die Suppe nicht... Wir können die doch nicht... Alter, wir können die doch nicht opfern. Was ist los mit euch? Wir können die Suppe doch nicht opfern. Tausch die Suppe gegen das... Die haben nichts drauf. Nicht spenden. Och, die armen Pflaumenschuppen. Ich will doch nicht... Ich will doch nicht so ein Ding hier rumrennen lassen, Alter. Nein, wir geben denen keine Suppe. Bin ich komplett bei euch. Natürlich nicht. Wir können denen keine Suppe geben. Wir haben nur noch eine Suppe. Alter. Tag 14. Wir sollten vielleicht mal... Wir sollten vielleicht mal... So, das lesen wir gleich. Wir stellen mal... Wir stellen mal Suppe her. Okay, Suppe wird hergestellt. So, was hat der Computer? Der spendensammelnde Roboter sprach vom Leid der Pflaumenschuppen. Du hast das getan, was die meisten Menschen tun, wenn sie einem Spendensammler begegnen. Du hast ihn ignoriert. Das stimmt gar nicht. Der Roboter gab sein Bestes, doch er traf auf eine Gleichgültigkeit, die die Moai-Statuen der Osterinsel wie Cheerleader aussehen ließe. Schließlich gab er auf und verschwand. Du bist weiterhin auf Zack. Babyfried hat sich auch immer über den Mangel in Ration. Tom wirkt immer noch ganz... Noch nicht ganz gesund. Tom fragt weiterhin nach Suppe. Wir werden Tom mal heilen, oder? Ach, scheiße. Können wir ja gar nicht. Wir können den ja gar nicht heilen, Alter. Ne, warte mal. Ich will doch... Ich will aber essen. Ich will aber Essen herstellen. So. Oh Gott. Okay. Captain, wach auf! Wir nähern uns einer Art Himmelskörper. Erinnert einem Mond. Aber ich glaube, dass es eigentlich ein kleiner Planet ist. Ich führe einen schnellen Scan durch. 96% 98% 100% Scan abgeschlossen. Ich hatte recht. Ein kleiner, felsiger Planet. Ohne organische Lebensformen. Aber dort unten herrscht reges Treiben. Merkwürdig. Mein Scanner könnte... Können auch einige Bauten... Vielleicht sogar Städte erkennen. Ähm. Captain. Wenn du sicher auf diesem Planeten landen willst, dann wirst du dich um eine kleine Fehlfunktion in unserem Lenksystem kümmern müssen. Da wir im Moment nicht einmal in der Lage sind, uns zu drehen. Oh, und äh... Du wirst das erledigen müssen, bevor wir an diesem Planeten vorbeigeschwebt sind. Beeil dich! Ähm. Wenn du sicher auf diesem Planeten landen willst, dann wirst du dich um deine kleine Fehlfunktion in unserem Lenksystem kümmern müssen. Ja, wie sollen wir das denn machen? Mit dem Feuerzeug, oder? Sollen wir das mit dem Handbuch machen, Leute? Das Handbuch weiß doch bestimmt Bescheid, oder? Das müssen wir mit dem Buch machen. Natürlich müssen wir das mit dem Buch machen. Komm schon, Buch, Alter. Hilf uns da raus. Okay. Ich stelle eine Dose her. Und Abfahrt. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Errungenschaft freigeschaltet. Weltraumkul... Was? Weltraumkul... Bring me, bring me, bring me, bring me It's the cutest, the cutest, the cutest that I've ever seen I've ever, ever seen Hey!